Hakoda, Moin am 1, Mutachos, es ist soweit, das neue, die neue Season ist da, das erste Ranked R9 Season, Operation Defreeze, auf der, direkt auf der neuen Map, Leia, zusammen mit Mabossa, Nugi und Delta, Helle. Mutachos, neue Season, neues Glück, ich hoffe wir rasieren Insta nach oben, es gibt ja ein paar Veränderungen, mal schauen so wie das jetzt mit der Frack Renate läuft, ist das komplett random, ist doch ganz geil, das werden wir jetzt im Laufe dieser Saison. Erfahren und direkt die neue Map, ne? Direkt finde ich geil, Alter, für das erste YouTube Video, hoffentlich wird es eine Aufnahme, fürs erste YouTube Video der neuen Season, direkt die neue Map, finde ich nice. Ja, richtig gut. Ein Bandit wäre eigentlich noch ganz geil gewesen, mit denen kann ich gut harmonieren, aber okay. Ein Bandit. Ein Bandit. Stimmt, ja stimmt. So, wo sind wir hier, was ist hier, Faser? Also wir wissen aber immer noch, wir sind noch sehr, sehr schlecht auf der Map, wir wissen, äh, wenig. Aber, ne, man übt sich, Muchachos, was haltet ihr von den neuen Season in die Kommentare hauen, was haltet ihr von den Änderungen in die Kommentare hauen, haut eure Meinung in die Kommentare. Ich hab gerade die Eisgranate geworfen, jetzt könnt ihr mal sehen, wie das aussieht hier. Ich kann da durchrennen, alle anderen nicht. Hallo. Ach, du kannst sogar sprinten darauf, oder? Ich kann sogar sprinten darauf, was richtig gut ist. Ja, 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 geil, ne? Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Nice. Obergeil. Sexy. Bleib ich auf den Spot? Alles würde ich tun. Dann bleib ich auf A, ja? Ich bin einfach instinktiv, ich bin einfach weg hier ran. Egal, ach, warum war ich nicht im Weg hier, Mann? Was ist denn hier? Mach hier mal zu, ja? Ja, ja, besser ist das. Ey, das, by the way, richtig gerne Breach-Spot. Wenn man hier breached, kann man hier in der Ecke treffen. Richtig safe auf der Spot. Ja, stimmt, ja. Aber geh mal wieder in deine Ecke. Ja, ja, ich geh. Leiden haben sie nichts geändert, ne? Nope. Oh, ist da was bei Dr. Reis? Also geschossen hat er auf jeden Fall. Hier ist eine Drohne. Da. Ich hab so keine Ahnung, wo ich hier bin. Unter mir. Die Frag-Renade, ne? Da haben wir schon mal gesehen. Auf ihn. Sehr schön, Pisslitz. Schön, gesetzt, super. Hier oben ist aber noch einer. Ich höre hier irgendwo Steps. Einser-Ping. Komme ich hier wieder hoch? Das hält? Keine Ahnung, fahr mich nicht. Ah, hier. Das war die Noeck. Ich hab da mal ein bisschen meine Eisgranate hingeworfen. Ah, eine Seite hab ich jetzt auch eingeeist hier. Bisschen auf Zeit spielen. Leute? Ja? Wer jetzt der Kapkan? Steps auf Zeit. Ja, shit. Äh, Ash ist unten. Main Lobby, oder Präzeption heißt das sogar. Heißt das sogar? Sogar. Ich warte hier erstmal. Man! Ja, Locharsch, die sind hier ganz in der Nähe, ne? Das musst du aufpassen. Oh, hier. Vierer-Ping. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Warehouse. Oh, ich werde gejackletrackt. Ich werde gejackletrackt. Okay, nur noch einer. Ist nur noch, ist nur noch jackletrackt. Hat mir auch immer einen geholt. Ne, ein Lion. Oh, wo ist der Miese? Hier, bei mir. Oh, ne. Digga, das hier ist böse, ne? Das ist nämlich eigentlich draußen. Kann auch reinforce müssen eigentlich. Ich will da auch nochmal was dranwerfen, wo? reinforce das jetzt. Schnell, gib mir die fünfte Punkte. Ah, okay. Ist da was? Keine Ahnung. Irgendeiner? Oder? Wow! Hätte ich ja schocken. Links war er. Delta links. Oh, okay. Ich habe mich ja schocken. Oh. Oh. Sehr schön. Erste Runde lief doch ganz gut, oder? Schade. Weil die gar nicht breachen wollten. Aber es ist wahrscheinlich auf der neuen Map wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger, oder? Aber wir haben auch alle aufgeteilt, ey. Also ich habe gestern im Stream direkt einen Termit gepickt und ordentlich rumgebreacht. Ja, wollen wir in den Keller gehen? Ey, warum? Fachwurst. Fachwurst, willst du nicht Bandit spielen? Fachwurst? Fachwurst? Ich spiele Bandit. Du spiel Bandit? Ja. Damit Marvin Puber rau zocken kann. Dankeschön. Vielen Dank. Hallo. Und, was im Keller auch noch gut ist, wir können ja den, wir können ja den Pult spielen und ein paar von diesen Eisgranaten mal in die Decke brezeln und vielleicht erkennen wir die ein oder anderen Schritte und Fußabdrücke. Mal gucken, ob wir vielleicht eine Kamera überall in unserem Spot haben, irgendwo. Testen wir jetzt mal. Ich kenne auf jeden Fall einen ganz guten Spot, wo man von außen durch so ein Finsterschleit. Die Frage ist, mein Gerät macht ja nur elektronische Sachen kaputt, ne? Hier bitte einmal was machen. Kaputt macht es gar nicht. Es friezt nur ein. Ja, friezt ein. Friert es auch die Ram-Dinge ein? Ich denke schon. Ich glaube auch, es friezt nicht nur Elektronische und alles. Okay. Geil. Geil, geil, geil. Aber, ich glaube ja, es ist gleich. Ich habe so eine Kapkan-Trap, Können wir auch mal testen. Kapkan? Ja. Ich will das mal testen. Kannst du mal irgendwo ane? Das ist heftig. Das ist alles. Okay, das ist auch hier. Soll ich mir schon auf die Scheiße einfriert? Aber du willst. Kannst du auch in die Land-Ofen? Ja, auflösen. Die Hedgepingen. Oh. Eingefrierte. Ja, Eingefriert. Sehr viel eingefriert. War der Hedge? Wo haben wir eine Hedge? Ich habe keine Hedge. Wir brauchen hier eine Rotation, bitte. Ja, nach wie vor. Ach, da ist die Hedge. Danke. Please open, Aruni. Ja, die kamen von hier irgendwo. Ich höre schon was. Weg, open, du hol. Ja, genau, bei Aruni rechts ist schon was. Oh, gerade was gehört. Okay, ich möchte auch wieder runter, aber ich weiß nicht wie. Warte auf, da könnte was sein. Boah, hier ist schon mehr drinne. Boah, warte ich weg, wer hat das hin? Nein, die hat mich. Nein, da sind zwei. Ich habe nicht gesehen, wie viele da sind. Du hast mein C4 eingefroren. Ach so, ich habe C4 da oben ran geschmissen und du hast es eingefroren. Ah, gut, das hättest du mir sagen müssen, ne? Da hätte ich da meinen Scheiß, ich wollte einfach mal. Es war genau 1 zu 1 das Timing. In der Sekunde, wo ich es hin geschmissen habe, hast du deine Füße nicht geschmissen. Okay, ich wollte es einfach mal werfen, also es hat auch keinen Sinn gehabt, aber wenn man schon in der neuen Season muss man auch die Sachen werfen, ne? Sehr schön, Locharsch. Sehr schön, Locharsch. Digga, er profitiert wieder hier, Alter. Aber ja, so kann der Tubarau halt auch seine eigene Teammates ficken. Nein, ich reingeschossen. Okay, ich dachte, ihr holt die Runde easy. Ich sag doch, Locharsch hat einfach nur profitiert, Alter. Ey, ich habe auch oben den Jacket geholt, ja. Ey, ich möchte aber gerne irgendwie nochmal hin und ich will nochmal diesen Turbo-Wabohu sehen. Aber eigentlich muss man wirklich in einer anderen Map, die man schon so ein bisschen kennt, wo man das so ein bisschen verzögern kann, dann mit Bandit. Also gerade... Man muss aber auch sagen, also die breachen halt auch null, ne? Ja, deswegen eigentlich bringt das gar nichts jetzt wieder Turbo-Wabohu zu nehmen, oder? Nö. Turbo-Wabohu. Nehme ich mal Legion und geht jetzt mal ein bisschen auf Wrexia. Ich habe noch null Kits hier. Ich nehme Turbo-Wabohu. Okay, mach das. Ah, ich wollte ehrlich die DMR nehmen, Alter. So eine krasse DMR auf der Verteidigerseite finde ich auch sick. Ist schon cool. Ja. Aber die muss auch langsam mal wieder irgendwie Kills machen. Ja, ich muss auch was machen. Ähm, nächstes Mal mache ich hier Rotation, ne? Ich teste leider gerade auch noch zu viel Scheiße. Oh, das war sogar falsch. Ne, ist auch richtig. Ich weiß aber auch nicht, ob mein C4 getroffen ist. Da oben an dem, an so einem Teil dran. Naja, naja. Ah, aber okay, hier geht es direkt los. Null. Ist hier dann auch irgendwas? Hier? Ah, Junge, Alter. Muchachos Battle Pass. Ich weiß, ob ihr das schon gesehen habt, aber Battle Pass, der Legion Skin, ne? Ich will ihn sowas von haben, Alter. Der ist so geil, Alter. Yes. Aber er ist ganz, ganz hinten. Ganz, 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 ganz hinten. Ganz weit, back in the background. Ich halte mal hier die komplette Südseite, würde ich sagen. Mach mal wieder. Okay. hier möchte Jacky anscheinend gleich wieder rein. Ja, wo, dieses Mal, letztes Mal kam sie ja hier, Marvin, hier war das, Ja, vielleicht war es. Wollte die ganze Seite halten, oder? Passt du da auf, passe ich hier auf. Oh, das war eins von unseren Gadgets. Ich habe, glaube ich, eine E-Leit-Trap zerstört. Hier kommt schon was. Okay. Oh. Kurz auf Cameras checken. Maverick, wo? Oh, hier. Die haben da schon durchgebrannt. Besschen schmutzig. Jetzt geht's auf hier. Boah. Gegen ist tot. Ja, schön. Ich sehe nichts. Ich glaube, Monty, oder Blitz. Nein. Egal, von hinten. Ich war das, ich war das. Über uns. Turbo war Bohu, oben einmal. Annäherungsalarm. Tinting Max. Ja, ich probiere, da hinzukommen. Ich weiß bloß noch nicht. Ihr werdet mich angeschossen von euch. Ah, Bumms, bist du da? Ich bin da, ja. Na, ey, Digga, das kann, nein, hier, hier, hier. Ah, ich bin weg da, ich bin weg da, ich bin weg da. 2 HP hat er doch, Digga, warum, ey? Ja, nichts mehr. war er onside? Onside war der, Ist tot? Ja. Nur der eine? Das war der einzige onside. warte. Nehme ich raus. Boah, wie erschloch, Alter. Dass er sich plötzlich umgedreht hat, war wie so ein Jumpscare. Guck mal, da hab ich schon ein bisschen so, hä? Du hast doch mal hallo gesagt, da. Hallo. Ey, dreh dich mal um. Moin. Ihr habt schon wieder auf die Fresse bekommen, Alter. Dafür hab ich zwei Kills gemacht. Aber das ist auch schwer, glaube ich. Guck mal, bisher ist das ein Fluch, ne? Deko, hast du gerade einen Kill gemacht? Ne. Ich hab zwei Runden auch den Typen gespielt, hab auch keinen Kill gemacht. Hm. Gibt's den Tuberaau-Fluch? Ich pick Chabot auf jeden Fall. wie wollen wir hier vorgehen? Ding. Ich will brechen. Ich will auch brechen. Brechen? Breach that shit. Komm, ich spiel mal eine Runde Dings, äh, Carly. Digga, ich möchte einfach Blackbeard mit Granaten spielen, ey. Das ist einfach so lustig, wir haben zweimal Frack Rays dabei, aber keinmal EMPs. Ich kann noch switchen zu Hause, aber wir haben doch Carly dabei, also. Stimmt, wir haben Carly. Okay. Digga, mein Blackbeard-Skin, jetzt kann ich ihn öfter mal auspacken, den Undertaker. Richtig geil. Wir müssen sein Schild noch in die Band. Hier, beide Muchachos, das hier ist ein guter, ähm, guter Spot. Einmal für die Angreifer, die können hier am Fenster chillen oder auch hier oben draufstehen. und da durchschießen, da ist auch gerade durch einer, der Spot oben und wenn man rauspiekt mit dem Verteidiger, dann geht das ganz gut da unten. In der Tür. Wollen wir hin? Ah, nein, 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 da ist auch schon einer. loll. Gute Frage. Ja, der hat meine Träume so gut erwischt, alter. Meine Lieb noch, geil. Markiere den wenigstens, wer ist das? Ja, ich habe, ich scanne noch die ganze durch. Ich glaube, es war Echo, oder? Weiß ich nicht. Echo. Wow, Soles haben sie. Oh, so gut. So, ich muss unserer Termiten Plage folgen. Da kannst du theoretisch auch voll spawnpicken da oben, hier rein. Achtung, hier Fenster, ne? Da oben, das Fenster ist ja auch ganz, äh, ja, mein ich. Ja, ja, ja. Werden die da unten auch raus? Wow, ey, wer ist das? Oh Mann, hätte den haben können. Neu. Der Miete, warum wollen sie rein? Der, 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 ich will hier rein. Doben. Hab ich. Irgendwann auch hier eine Tür. Wo ist die Tür? Hier steht Soles. Durchsacadung. Lattern. Ach, das ist das Mainholding. Spottet by Scan. Ich würde hier auch hochgehen. Großfach, bei dir. Also hier war gerade noch Soles drin. Okay. Ich habe keine Drohnen mehr. Ah, wen haben wir denn da? Warte, ich habe noch eine. Die liegt da. Auf ping. Sie läuft, sie läuft. Hier. Warte, ist jetzt hinten. Ist raus, ist raus aus dem Raum. Hier vorne im Gang. Immer noch durchsacanentdeckt. Ja. Hier. Auf 5er ping. Soles weg. Soles weg, Soles weg, Soles weg. Komm zu euch. Mit einer Granate. Sorry. Nogi! Sorry. Hier kann ich brechen. Main door. Main door. Stand oben. Auf den Mainstairs. Mainstairs. Leute. Ja. Aimen sie ab. Oh shit. Von unten. Oh. Ey. Nur noch einer vom eigenen Truppen. Hier. Ja, wie Marvin einfach nicht mal annähernd irgendwo ist, wo was los ist, Alter. Noll. Wollt ihr von der anderen Seite pushen, weil ihr alle da pusht? Bei uns war ich Action. Noll. Das wäre eine gute Idee gewesen, wenn du von der Seite gepusht hättest. Noll, das reicht nicht. Loll. Oh, die explodiert aber schneller. Ja, haben so noch nicht auf 2 Sekunden. Was machst du? Oh, Dicke. Hä? Ja, geil. Habt ihr nicht gesehen? Also jetzt würde ich sagen, hättest du ihn eigentlich kriegen müssen. Aber also, was hast du getan davor, Alter? Ich hatte nur einen Schuss drin. Warum hattest du nur einen Schuss drin? Weil ich so früh abgebrochen habe, die Nachlader-Animation. Please, Alter. Loopt der Runde. Marvin. Spiel mal bitte noch ein bisschen mehr Blackbeard. Nee, Blackbeard ist eigentlich ganz gut. Nur, dass die Frackrenate ein bisschen eher gezogen hat, war ein bisschen random. Und einiges. Ich zog hier nochmal. Oder die sind nicht wieder oben. Da sind sie wahrscheinlich unten, ne? Ah, ich weiß nicht. Die haben den Castle auf jeden Fall. Ja, dann werde ich da jetzt Sledge nehmen oder Fuse. Ja, Castle sind ganz unten. Ne, nehme ich Sledge. Sledge. Weißt du was? Und die haben wieder Kite. Oh, ja. Wo stehen denn diese Scheiß-Diffuser? Die Scheiß-Bomben, meine ich. Ja. Ja, wir brauchen noch jemanden, der EMP nehmen kann. EMP, EMP. Leute, EMP. EMP. Jetzt muss ich mit dem Random da arbeiten, ey. Danke, Team. Gerne doch, gerne doch. Ich habe was Gutes, ne? Ich kann die Sledge-Scheiß einreißen. Master Chief. Äh, die, ähm, Castle, sorry. Ah, Legion of, Legion of, Lobby rum. Hier oben. Gibt es nicht noch einen anderen Weg, wie man direkt in den Keller kann? Ja. Da oben, an der Brücke ist er. Hier runter. Hier runter. Ah, hier. Ich habe jetzt sogar schon eine Drohne liegen. Ja, geil. Wollen wir direkt pushen? Links sind wir erst mal safe. Wir können hier breachen vielleicht. Okay. Ist das frei? Ja. Wir können breach on ping. Ja, lass uns das machen, ja. Also da ist. Im Gang durch ist der Legion gewesen. Wo kommt unser Ace? Oh, war der. Ja. Ich habe seine Füße rasiert. Unten. Ace. Ace. I need you to breach. I need you to breach. Siehst du ihn? Nee. Doch, in dem Raum. Links. Crap. Ich habe gerade gesehen. Ich habe gerade mal einen Drohne aufgeschossen. Dann bleibt man hier, ob der hier kommt als Verteidiger, aber... Gleich hier langsam aufschießen. YOLO! Ich reiße jetzt hier auf, ja? Oh mein Gott. Du, ich bin jetzt unten. Ja. Ace, give me a breach over here too. Wo ist denn der Arschliesen? Hey, wer macht meine Drohne kaputt, Alter? Locharsch! Ey. Hey. Öp, was? Hey. Wow! Noll. Der guckt in die falsche Ecke. Geiler Typ. Scheiße. Ich bin wieder draußen hier, Alter. Hinten, hinten. Ich bin hier wieder draußen. Fick mich. Ich habe noch, haben wir noch eine Granate irgendwo? Ja, eine Decke, ja. Sehr schön. Desabling electronics. Der Legion randelt noch irgendwo rum, ne? Wir kennen rein. Der Legion war, nein, unplanting, cover me. Wo bist du? Da hinten. Was auf, wegen der Hedge. 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 Ach ja. Der Legion, der wird irgendwo oben. Hätts vielleicht? Hätts vielleicht? Ja. Oder? Nee. Der läuft über mir rum. Weiß aber nicht, wo hier Stears sind. Jetzt sind wir gar nicht. Hier? Lol. Oh, da sind Stears von hier. Oh mein Gott. Hier? Der, wofür es gestorben ist. Da sind Stears. Hallo. Dann wieder drei Kills gemacht hier. Was los? Schlossen. Ich habe nur keinen Gäder gesehen, die Runde. Die waren auch sehr wild. Ich liebe es, wie am Anfang alle Leute immer so rumlaufen, wie so wilde Hühner. Keiner weiß, was er macht. Das ist richtig, richtig geil, ey. Ich bin doch gerade, ich stand da vor der Tür, vor dem Spot eigentlich schon. Und dachte mal, okay, hier rechts davon ist noch eine Tür. Ich gehe da mal hin. Ich aim das drei Minuten lang ab, Alter. Da denke ich mir, okay, da kommt keiner. Ich laufe da raus. Oh, fuck, ich bin draußen. Richtig gut, ey. Das ist doch so ein bisschen schwierig, irgendwie die richtigen Spots zu finden, auf jeden Fall. Aber das ist ja immer am Anfang, ne? Was nehmen wir? Was nehmen wir? Ich schacke nur Nighthaven Labs, die ersten Runden. Das war ja genauso schlimm. Egal, das war richtig krank, ey. One time, one time. Aber ich habe in der ersten Runde einen Kill gemacht und das war's. Wunderbar. Großfach. Bist ein guter. Ja, also ich habe ja auch schon ziemlich viel Scheiße gebaut, ne? Willst du? Aber ich habe wenigstens eine Scheiße gebaut, die hat gerade nichts gemacht. Aber ich muss sagen, ich mache lieber nichts als die Blackbid-Aktion da gerade. Touché. Einfach nur Glückwunsch. Unten? Mitte? Nee, Mitte. Ist es wieder hier unten? Wo ist denn das? Mitte, 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 Mitte. Ähm, Mossi. Uhu. Alter, Bumsbar. Was war das denn? Oder Babu. Drowned die mal aus, Alter. Da unten, da unten auch. Du musst wissen, ob die etwas Elektronisches haben oder ob ich keinen Tetsch abbiegen muss. Die runter. Warte, wo sind die denn? Ja, hier irgendwo. Oh nein, da. Oh, sieh, Marvin. Ja, du hast doch gesagt, ich soll nachschauen. Oh, die Dunkel ist angezeigt, Alter. Oh, ich. Haben wir nur reine Drohne? Krass, ey. Obergeil. Ich bin ganz teuer hingekriegt. Okay, dann picke ich jetzt Tetscher und hoffe, dass die irgendwas Elektronisches haben. Pass auf, dass ihr nicht gespawn-peaked werdet. Weißt du ja nicht von wo, aber ich wollte es einfach mal gesagt haben. Ja, ich weiß auch nicht von wo. Ich finde es so random, dass diese ganzen Laternen einfach auf irgendwelchen Bergen draufstehen, Alter. Also die Laternen mit den Cameras. Wollen wir auf jeden Fall in den Keller durchgehen, Deko? Dann musst du auch nach oben arbeiten. Fallschaden? Ja, kannst du durchgehen, kannst du durchgehen, ja. Oh, das ist ja von mir, ne? Einmal durchgehen, bitte. Ja, is free, is free. Hier ist auch free. Aber vielleicht haben wir Glück. Warte, warte, lauf, lauf, lauf. Vielleicht verstecken die da gerade. Ja, ich bin so gut, Alter. Alter, scheiße bin ich gut. Warte, ich lasse doch hier den Sledgey. Ja, mach doch nicht zwei Dinger auf. Lass doch einen Winkel erstmal. Hier, hinter euch, hier. Vierer ping, vierer ping, vierer ping. Ja. Hier, 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 hier. Hier, hier, hier. Oh nein, da liegt es auch da nie. Mann. Ja, hab ich auch. Ja, Planch. Äh, Juxi hat. Juxi hat? Planch, Planch, Planch. Juxi hat? Mann, ich hab schon wieder keinen. Der hat richtig schwachen Rinde für mich, Alter. Ey, aber mein Spider-Sense, ne? Ich seh gerade, Carsten, mach die Scheiß zu. Ich denk, der will doch schon stimmt. Da haben wir den Master Chief als MVP-Animation, Junge. Oh yeah. Barbums. Geil. Aber mein Spider-Sense, ne? Ich wusste, dass er da gerade zumachen möchte. Ich bin einfach ein Gott, ey. Digga, der komische Ace muss es jetzt wieder geben, Alter. Ohne vor Anna, let's go. Uxi. Ohne, 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 ohne. Kann man jetzt widersprechen? Ne, Lochrasch war das. Ne, Lochrasch war das. Krieg Lochrasch auch was. Lochrasch kriegt auch eins von mir. Und du auch. So ein Weidi. Ja, das war doch eine schöne erste Runde mit ein bisschen Fail von mir. Acht Kills am Ende noch. Digga, einen Kill in der allerersten Runde. Da hab ich einfach entweder nichts mehr gesehen oder bin richtig dumm gestorben, ey. Please. Aber gut, muchachos, das war geil. Das erste Rank direkt gewonnen. Sogar mit der Halo Master Chief MVP Animation. Außerdem auf der neuen Map. Leer direkt auf. Wird euch gefallen. Daumen nach oben schmettern. Was halt ihr? Voll neuen Season. Neuer Operator. Neuer Battle Pass. Neue Map in die Kommentare. Ergießt euch da richtig rein. Marvins Gesicht wartet auf euch. Bis nächstes Mal reingehauen. Ciao, ciao. Spaß. Ups. disks schon. Bis zum nächsten Mal.